Kanzler Olaf Scholz hat gerade eine 46 Milliarden Euro Bombe auf das Rentensystem des Landes geworfen. Ab Montag werden alle deutschen Rentner 2.200 Euro zusätzlich auf ihrem Bankkonto finden ohne Bedingungen. Doch ist dies ein Rettungsanker für kämpfende Senioren oder eine tickende Zeitbombe für die Wirtschaft? Während sich Millionen älterer Deutscher auf einen unerwarteten Geldsiegen vorbereiten, sind Experten uneins darüber, ob dieses kühne Manöver als Meisterwerk mit fühlender Regierungsführung oder als rücksichtsloser Wahljahrschachzug in Erinnerung bleiben wird. Mit den ersten Einzahlungen in wenigen Tagen steht Deutschland am Rande eines sozialen Experiments, das die Beziehung zwischen Staat und Bürger im modernen Zeitalter neu definieren könnte. Machen Sie sich bereit, während wir die Auswirkungen dieses beispiellosen Rentenschubs untersuchen, der die ganze Nation in Aufregung versetzt hat. In einer überraschenden Bewegung, die die deutsche politische Landschaft erschüttert und Millionen Rentner im ganzen Land erleichtert hat, hat die Regierung von Kanzler Olaf Scholz eine bahnbrechende neue Renteninitiative angekündigt. Die Maßnahme, die als Antwort auf wachsende Sorgen um die finanzielle Stabilität der alternden Bevölkerung Deutschlands dient, sieht vor, dass alle deutschen Rentner eine einmalige Einzahlung von 2.200 Euro direkt auf ihre Rentenkonten erhalten. Dieser beispiellose Schritt, der bereits am kommenden Montag beginnen soll, markiert eine bedeutende Veränderung im Ansatz der Regierung zur Unterstützung ihrer älteren Bürger und hat eine heftige Debatte über die langfristigen Auswirkungen auf Deutschlands Wirtschaft und Sozialsystem ausgelöst. Die Ankündigung wurde während einer speziell einberufenen Pressekonferenz im Kanzleramt in Berlin gemacht und von Kanzler Scholz selbst, flankiert von Finanzminister Christian Lindner und Arbeitsminister Hubertus Heil, überbracht. Das Trio präsentierte eine geschlossene Front und betonte das Engagement der Koalitionsregierung, die Herausforderungen der wachsenden Rentnerpopulation Deutschlands anzugehen. Kanzler Scholz, bekannt für seinen besonnenen Ansatz in der Finanzpolitik, beschrieb den Schritt als eine notwendige und mitfühlende Antwort auf die einzigartigen wirtschaftlichen Belastungen, denen unsere Senioren ausgesetzt sind. Er erklärte weiter, dass die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde, sondern nach monatelangen sorgfältigen Überlegungen und Analysen von Wirtschaftsdaten, die auf eine zunehmende Belastung der Rentenhaushalte hinwiesen. Die Zahlung von 2.200 Euro, die steuerfrei sein wird, soll sofortige finanzielle Erleichterung für Rentner bieten, die unverhältnismäßig stark von den jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen betroffen sind. Steigende Inflation, erhöhte Energiekosten und die anhaltenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben alle zu einem herausfordernden finanziellen Umfeld für diejenigen mit festem Einkommen beigetragen. Finanzminister Lindner, bekannt für seine fiskalisch-konservative Haltung, rechtfertigte die Ausgabe mit den Worten, obwohl dies eine erhebliche Ausgabe aus unserem Staatshaushalt darstellt, betrachten wir es als eine Investition in die Stabilität und Würde unserer älteren Bürger. Es ist nicht nur eine wirtschaftliche Maßnahme, sondern ein moralisches Gebot. Die Logistik dieses massiven Unterfangens ist beeindruckend. Mit ungefähr 21 Millionen Rentnern in Deutschland wird die Gesamtkosten der Initiative voraussichtlich über 46 Milliarden Euro betragen. Die Deutsche Rentenversicherung wurde mit der Verteilung der Mittel beauftragt und arbeitet eng mit großen Banken und Finanzinstituten zusammen, um einen reibungslosen und effizienten Prozess sicherzustellen. Ein Sprecher der Deutschen Rentenversicherung erklärte, dass sie vollständig darauf vorbereitet sind, diese Herausforderung zu meistern, da sie bereits die notwendigen Vorbereitungen getroffen haben, um den Ansturm der Transaktionen zu bewältigen. Arbeitsminister Heil ging auf Bedenken hinsichtlich potenzieller Betrugsfälle oder des Missbrauchs der Mittel ein und erklärte, dass durch das bestehende Rentensystem bereits robuste Verifizierungsprozesse vorhanden sind. Er versicherte der Öffentlichkeit, dass jeder Euro diejenigen erreichen wird, für die er bestimmt ist. Der Minister betonte auch, dass die Zahlung automatisch erfolgt, ohne dass Rentner einen Antrag stellen oder Maßnahmen ergreifen müssen, um die Mittel zu erhalten. Dieser Ansatz soll sicherstellen, dass auch die am meisten gefährdeten Senioren, die möglicherweise Schwierigkeiten mit komplexen Antragsverfahren haben, nicht von dieser wichtigen finanziellen Unterstützung ausgeschlossen werden. Der Zeitpunkt der Zahlungen, die am Montag beginnen sollen, wurde von verschiedenen Sektoren der deutschen Gesellschaft unterschiedlich aufgenommen. Rentnerverbände haben die Nachricht erwartungsgemäß mit Begeisterung aufgenommen. Jens Weidmann, Sprecher der Deutschen Seniorenliga, bezeichnete dies als eine längst überfällige Anerkennung der finanziellen Schwierigkeiten, denen viele Rentner gegenüberstehen. Er fügte hinzu, diese Zahlung wird das Leben von Millionen Senioren wirklich verändern, indem sie es ihnen ermöglicht, grundlegende Ausgaben zu decken und vielleicht sogar kleine Luxusgüter zu leisten, die in den letzten Jahren unerschwinglich waren. Die Ankündigung hat auch die Debatten über die Rentenreform und die Nachhaltigkeit des deutschen Sozialsystems wiederbelebt. Mit einer alternden Bevölkerung und einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung ist die langfristige Finanzierung der Renten eine anhaltende Sorge für die politischen Entscheidungsträger. Einige Ökonomen argumentieren, dass die Zahlung von 2.200 Euro zwar eine willkommene Erleichterung darstellt, aber die strukturellen Probleme des Rentensystems nicht angeht. Dr. Axel Börsch-Supan, ein führender Experte für Rentenökonomie am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, kommentierte, diese einmalige Zahlung, so großzügig sie auch ist, ist im Wesentlichen eine Notmaßnahme. Wir brauchen dringend umfassende Reformen, um die Lebensfähigkeit unseres Rentensystems für zukünftige Generationen zu gewährleisten. Als Antwort auf diese Bedenken hat die Regierung angedeutet, dass die einmalige Zahlung Teil einer umfassenderen Strategie zur Reform und Stärkung des Rentensystems ist. Minister Heil skizzierte Pläne für eine umfassende Überprüfung der Rentenpolitik, einschließlich potenzieller Erhöhungen des Rentenalters, Anreize für längere Arbeitszeiten und Maßnahmen zur Steigerung der Geburtenraten und der Einwanderung, um den demografischen Herausforderungen zu begegnen. Diese Zahlung ist kein Ersatz für strukturelle Reformen, sagte Heil, sondern eine notwendige sofortige Reaktion, während wir an langfristigen Lösungen arbeiten. Da die Nachricht vom Rentenschub sich verbreitet, bereiten sich Finanzberater und Verbraucherschutzorganisationen darauf vor, Rentnern Ratschläge zu geben, wie sie diesen unerwarteten Geldsegen am besten nutzen können. Während die Regierung keine Einschränkungen auferlegt hat, wie das Geld ausgegeben werden kann, ermutigen Experten Senioren, die Mittel zu nutzen, um Notfallersparnisse aufzubauen, in energieeffiziente Heimverbesserungen zu investieren oder lange verzögerte Gesundheitsbedürfnisse anzugehen. Die Regierung hat betont, dass die Unterstützung von Senioren letztendlich der gesamten Gesellschaft zugute kommt. Wenn wir die Würde und finanzielle Sicherheit unserer Ältesten gewährleisten, stärken wir das Gefüge unserer gesamten Gemeinschaft, erklärte Kanzler Scholz. Darüber hinaus unterstützen wir indirekt jüngere Familienmitglieder, die sonst möglicherweise zusätzliche Hilfe für ihre älteren Verwandten leisten müssten, indem wir den finanziellen Druck auf Rentner verringern. Die Umsetzung dieser massiven finanziellen Operation wird in den kommenden Wochen genau beobachtet werden. Banken und Postämter bereiten sich auf einen Anstieg der Aktivitäten vor, da einige Rentner möglicherweise Bargeld abheben oder größere Anschaffungen tätigen wollen. Finanzinstitute wurden angewiesen, wachsam gegenüber Anzeichen von Betrug oder Ausbeutung zu sein, die sich gegen gefährdete Senioren richten, die plötzlich im Besitz einer großen Summe Geld sind. Der Rentenschub wird voraussichtlich unterschiedliche Auswirkungen in verschiedenen Regionen Deutschlands haben. In Gebieten mit einer höheren Konzentration von Rentnern, wie beliebten Ruhestandszielen an der Ost- und Nordseeküste oder in malerischen ländlichen Gebieten, könnte die lokale Wirtschaft einen ausgeprägteren Aufschwung erleben. Die lokalen Regierungen in diesen Gebieten erwägen bereits, wie sie diesen Anstieg der Kaufkraft nutzen können, um die Gemeindeentwicklung zu unterstützen und Dienstleistungen für ihre alternden Bevölkerungen zu verbessern. Die Rentenerhöhung hat auch Diskussionen über die Rolle privater Rentenpläne und individuelle Altersvorsorge in Deutschland neu entfacht. Während das staatliche Rentensystem nach wie vor das Rückgrat der Altersversorgung im Land bildet, gibt es zunehmend Forderungen, dies durch private Ersparnisse zu ergänzen. Einige Finanzexperten schlagen vor, dass ein Teil der 2.200-Euro-Zahlung genutzt werden könnte, um private Rentenpläne zu starten oder zu verstärken, insbesondere für jüngere Rentner. Mit den ersten Einzahlungen, die am Montag auf den Konten erscheinen, beginnt Deutschland ein bedeutendes soziales Experiment. Der Rentenschub von 2.200 Euro stellt mehr als nur eine finanzielle Transaktion dar, er ist eine Aussage über den Wert, den die Gesellschaft ihren älteren Bürgern beimisst und ein Test für die Fähigkeit der Regierung, auf komplexe sozioökonomische Herausforderungen zu reagieren. Ob dies eine einmalige Maßnahme bleibt oder der Beginn eines neuen Ansatzes in der Rentenpolitik ist, wird sich zeigen, aber es ist sicherlich ein Entscheid. In der Moment in Deutschlands fortlaufenden Bemühungen, sich den Realitäten einer alternden Bevölkerung im 21. Jahrhundert anzupassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ankündigung der Scholz-Regierung über eine Einzahlung von 2.200 Euro für alle deutschen Rentner eine wegweisende Entscheidung ist, die zahlreiche Aspekte der deutschen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik berührt. Die kommenden Monate werden zeigen, ob diese Initiative ihre Ziele erreicht, sinnvolle Unterstützung für Rentner zu bieten und die Wirtschaft anzukurbeln, oder ob sie mehr Fragen als Antworten über die Nachhaltigkeit der Rentensysteme in alternden Gesellschaften aufwirft.